Johannes Brühlmann, Eumdorfer Weg 70, USE 15-051, 13403 Berlin, 2015, 17. März, an die Staatsanwaltschaft Berlin. Max und die Aktenzeichen 591 StVK, 359 aus 2014 Vollzug, 592 StVK, 150 aus 2015 Vollzug, 593 StVK, 239 aus 2014. Antrag auf Gewährung von Hafturlaub entsprechen § 13 StVK, Urlaub aus der Haft im Umfang von 9 Tagen vom 16. bis zum 24. Mai 2015, J. Brühlmann.